Schauen wir mal, wie es halt so rennt. Stimmt doch. Da hast du es. Ha! Ha! Urgeil! Reine, schau mal, Kouette! Kaptcha mal. Ich bin auch tot. Und hilft nix! Warum? Alle anderen, was liegen? Ich schieße immer drauf vorbei und die sind schon drauf spezialisiert anscheinend. Da ist ein P-Dipfeil. Du kannst nicht mehr warten. Aua ist der drinnen, der Pater! Ich schieße den Nied! Ich bleibe dran, Alter. Nein! Ich war schon zu angeschlagen. Hahaha. Aber es war schon Spaß. Was denn? Wo denn? Du! Scheiss! Jetzt lagerns wieder bissl Werfe Granate! Achso Ja komm nur mal da und dann hast du uns eh gesehen Auf den Scheiss Handgranaten wie viel nie Letztens ich glaub die haben geschafft aber auch nicht aktiviert Da muss zwei Leute mit nur einer Handgranaten wegflaschen leider Hm Ich hab das unter glaube ich tausend Handgranaten wirf Vielleicht auch mal geschafft Hä? Schaut ich hab nur angewixt Feindliche Bombe im Anflug! Hint den Boden! Ich hab ja nicht gesagt er stirb Du auch gleich alter Der braucht zwei Leute für mich ihr Loot Chair Besser gesagt vier weil zwei hab ich umgedrückt Zutaten Und da ist er schon Nein Jagdpilot im Anflug! Angriff auf das Boooooooooooo2 Und so ärgert mich das da wurscht oder die kaffee mal jetzt die die hoffte bleibt kämpfen mhm die den zu schwochen die unter es war jetzt wieder beschissen lustig angefangen hat ja im sprangpunkt kämpft du oder ich fick dich jetzt und zumindest probieren wir es ich komme jetzt von ganz ganz weit hinten und schieb da mal hui also das ding in die ich steppert auf mich jetzt geschreckt das feindlicher Artilleriebeschuss in ha 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 sua ha ha Der Angriff ist eine Ausführung für die Flügel. Der Angriff ist eine falsche Ausführung. Die Flügel ist abgeworfen. Tritt, die Abwurfzone. Ich bin echt leid. 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 Aber... Die Sache war schon heftig. Fein, Alter. Hat er gut gemacht. Baba!